Möglicherweise braucht der Feigling einen Vorteil, um seine schlotternden Knie zu beruhigen. Schwert! Aufheben! Ich kann nichts mit ihm anfangen. Schickt ihn in die Minen! Haben wir uns genug ausgeruht? Ein Angriff braucht einen sicheren Stand. Er versucht anzugreifen, bevor er wieder im Gleichgewicht ist. . . . . Biete deinem Gegner den Rücken da und du bist tot. Biete deinem Gegner den Rücken. Biete deinem Gegner einen viel stärkeren Gegner und du bist tot. Biete deinem Gegner den Rücken da und du bist ebenfalls tot. Biete deinem Gegner den Rücken. Biete deinem Gegner der Spiele. Bettle um dein Leben, Schlappschwanz. Schlappschwanz. Schlag ihm den Schädel ein. Hexos. Dominos. Weiter üben. Biete deinem Gegner. Biete deinem Gegner. Biete deinem Gegner. Biete deinem Gegner.